Hallo, in diesem Video zeige ich dir, was zu machen solltest, wenn du einen neuen USB-Stick, eine neue USB-SSD oder eine USB-Festplatte kaufst. Zu Simulationszwecken habe ich hier einen USB-Stick, wo schon ein paar Daten drauf sind. Wir gehen jetzt davon aus, dass der neu gekauft worden wäre und schauen einmal hier mit Rechtsklick-Eigenschaften, ob ich hier das Dateisystem NTFS habe. Wenn ich nicht NTFS habe, dann habe ich die Möglichkeit unter Windows 8.1, beispielsweise mit Windows X, und dann hier Datenträgerverwaltung zu gehen oder einfach am Startscreen Parr eingeben. Für Festplattenpartitionen erstellen und formatieren. Enter. Maximiere das Ganze nun. So. Ich habe jetzt nun hier einen USB-Stick drauf mit Ubuntu und sehe, dass der hier Fad 32 ist. Das Erste, was ich mache, ist Rechtsklick-Formatieren. Ich sage, ja, Daten dürfen verloren gehen, nenne den USB-Stick und verwende hier am besten NTFS, Standard- und Schnellformatierung durchführen. Komprimierung sollte unbedingt ausgeschaltet sein. Okay, ja, ich bin mir sicher und lasse ihn kurz arbeiten. Jetzt wird der Stick formatiert und anschließend habe ich bei NTFS ein prinzipbedingtes Problem. Microsoft setzt standardmäßig rechte Einstellungen so, dass ein normaler Benutzer nicht alles darf im Gegensatz zu einem Administrator. Das kann auch auf einem eigenen Rechner daheim Probleme verursachen, da man ja nicht seit Windows Vista nicht mehr standardmäßig als Administrator eingeloggt ist, sondern als normaler User. Und dann es möglicherweise irgendwelche Zugriffsprobleme gibt. Deswegen kann ich jetzt hier Rechtsklick-Eigenschaften machen. Sicherheit. Und habe jetzt nun bei diesem USB-Stick schon die Rechte entsprechend korrekt gesetzt. Bei USB-Sticks ist mir in der Praxis aufgefallen, dass hier schon der Vollzugriff auf jeder gesetzt wurde. Ich kann auch hier unter erweitert schauen, Doppelklick auf jeder, erweiterte Berechtigungen anzeigen. Hier ist der Gruppe jeder, sind alle Rechte zugewiesen. Das heißt, ich kann abbrechen, drücken und das war's. Ich habe jetzt beispielsweise noch eine normale Festplatte eingelegt, keinen USB-Stick. Das macht insofern einen Unterschied, ob sie als Wechselmedium erkannt wird oder als Datenträger. Die ist noch so neu, dass sie gar nicht initialisiert wurde. Das heißt, ich initialisiere sie, wenn das Ding größer als 2 Therapeit ist, unbedingt mit GPT. Ist das Ding jetzt nicht, aber ich nehme trotzdem GPT. Was aber erst, habe ich glaube, wie es da aufwärts funktioniert. So, jetzt lege ich hier ein neues Volume an, ein neues, einfaches und formatiere das auch mit NTFS-Standard und nenne das USB-Festplatte-Schnellformatierung. Fertigstellen. Jetzt werden hier lustigerweise andere Rechte gesetzt, die ich anschließend korrigieren werde. So, jetzt geht nun hier der Explorer auf. Ich sage rechtsklick Eigenschaften, Sicherheit. Am besten erweitert und ende jetzt den Besitzer auf jeder oder für englische Varianten everyone, falls die Gruppe jeder nicht gefunden wird. Vererbe das für alle Objekte nach unten. Lösche hier alle Gruppen raus. Sage einmal alle Berechtigungseinträge auch nach unten vererben Untersetzen, hinzufügen, prinzipiell auswählen. Jeder auf deutschen Systemen und everyone auf englischen. Okay, erweitert, Vollzugriff. Alles soll gesetzt sein. Dann sage ich okay. Okay, ja, okay. Wenn das fertig ist, kann ich das gleiche natürlich kontrollieren. Hier sollte jeder gesetzt sein. Hier sollte jeder stehen. Und hier sollte auch bei den erweiterten Berechtigungen jeder gesetzt sein. Und jetzt habe ich auf dieser Festplatte keine rechten Probleme mehr. Man sieht auch Windows differenziert zwischen Wechseldatenträgern und lokalen Datenträgern. Das ist im Prinzip die Einteilung so. Alles was ein Stick ist und als Stick verkauft wird, ist das hier und alles andere ist das hier. Letztlich ist das nur eine Sache, wie sich die Firmware vom USB-Controller meldet. Und als Schlussbemerkung, es ist immer von Vorteil, einen Stick sicher zu entfernen. Danke, tschüss, bis zum nächsten Video.